So, hi und hallo mal wieder. Ich habe mal wieder dran gedacht, Violetta Staffel 3 Booster zu öffnen oder mir zu besorgen. Und öffnen tue ich es ja hier für die Kamera, weil meine Sammelmappe ist noch nicht ganz vollständig. Also, genießt jetzt mit mir Staffel 3 von Violetta, die Booster. Es sind ja einige dabei, die schon andauernd nachgefragt haben, aber ich habe es wirklich letzte Zeit immer wieder vergessen, immer wieder vergessen. Deswegen fragt ruhig immer wieder nach, es nervt mich. Aber ab und zu denke ich mal nicht an alles, weil ihr wisst ja, wie viele Booster ich am Tag öffne. Also genießen wir jetzt Violetta Staffel 3. Natürlich sollt ihr mir hier auch alles rüber posten, wie ihr sie findet, haupt ihr sie vielleicht schon vollständig habt oder jetzt erst angefangen habt. Ganz egal was, hier alles bitte posten. Alles interessiert mich wirklich. Ich lese wirklich eure Kommentare durch. Und ich hoffe natürlich jetzt, die jetzt erst angefangen haben, dass ich euch ein paar Motive zeigen kann, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Und diese Schimmerkarten. Booster Nummer 3 leider schon. Aber hier braucht nicht nachzufragen. Ich weiß ja, jetzt wenn ich sie einordne, dann fehlen mir noch welche. Ich werde auf jeden Fall mir noch welche besorgen. Aber jetzt genießen wir noch die letzten Violetta Staffel 3 Booster. Einige Motive oder Karten schon bei, die ich habe. Also das ist es nun, das letzte Violetta Staffel 3 Booster, aber nur für heute. Dafür kennt ihr mich ja. Ich mache ja noch andere Projekte. Ich werde auf jeden Fall Staffel 3 Booster von Violetta auch noch besorgen, weil meine Sammelnwaffe nicht voll ist. So und nun genießt mit mir die letzten Motive aus meinem Booster. Und wie gesagt, postet mir alles darüber. Wie ihr sie findet, was ihr davon haltet, ganz egal was. Hier könnt ihr alles posten. Oder solltet ihr auch alles posten. Ach, doppelt. Also, das waren jetzt meine Violetta Staffel 3 Booster. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Motive zeigen, die ihr noch nicht hattet. Wo ihr sie natürlich bequem und sicher bestellen könnt, werde ich immer unter dem Video verlinken. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu. Guckt hin und schaut.